Musik Eines der am meisten aufsehenerregenden Ereignisse in der Geschichte der Paläontologie ist wohl der Streit zweier Wissenschaftler am Ende des 19. Jahrhunderts. Unter dem Begriff Bone Wars, Knochenkriege, ist diese Auseinandersetzung berühmt geworden. Die Kontrahenten waren zwei Männer, Edward Drinker Cope und Osniel Charles Marsh. Es ist eine Geschichte, wie aus zwei Freunden erbitterte Feinde wurden, eine Geschichte verbaler Schlammschlachten, fieser Intrigen, Wildwest-Abenteuer und aktiver Sabotage, an dessen Ende beide Wissenschaftler vor einem finanziellen Ruin und einem angeschlagenen Ruf in der Wissenschaft standen. Trotz dieser Tragödie hat wohl kaum ein Kapitel in der Wissenschaftsgeschichte so sehr zur Dinosaurierforschung beigetragen. Zusammen beschrieben Cope und Marsh während ihres Krieges ganze 142 neue Dinosaurierarten, von denen viele auch noch heute gültig sind. Darunter auch viele der berühmtesten Dinosaurier, die heute noch in jedem Zimmer eines Dino-begeisterten Kindes zu finden sind. Grund genug also, dem Thema eine eigene Serie zu widmen. Diese Serie basiert auf der Zusammenarbeit mit Hiltrud Kantau von der Seite dinosaurier-interesse.de und Markus Kretschmer, Autor der Buchreihe Die Weißen Steine, mit dem ich schon den Jurassic Park Faktencheck gemacht habe. Beide betrieben die Recherchearbeit und stellten mir ihre interessanten Ergebnisse zur Verfügung, um daraus eine Videoreihe zu machen. Hier mein herzlicher Dank an beide. In der letzten Episode hatten wir eine kurze Lebensgeschichte der beiden Kontrahenten gegeben, bis zu dem Tage, wo sich beide das erste Mal begegneten und anfreundeten. In dieser zweiten Episode ergründen wir, wie diese Freundschaft endete. Obwohl Marsh und der rund zehn Jahre jüngere Cope während ihrer Reisen durch Europa oft Zeit miteinander verbrachten, scheint ihre Freundschaft von Beginn an nicht sehr eng gewesen zu sein. David Raines Wallace schreibt in seinem Buch The Bone Hunters Revenge das Verhältnis der beiden zueinander so, »Ihre unterschiedlichen Hintergründe veranlassten sie dazu, subtil aufeinander herabzusehen.« Der Patricia Edward mag Marsh als nicht ganz so vornehm empfunden haben. Der Akademiker Osniel betrachtete Cope wahrscheinlich als nicht ganz professionell.« Nachdem Cope im Jahr 1864 in die USA zurückgekehrt war, standen die beiden Wissenschaftler dennoch weiterhin in Kontakt miteinander. Und sie zollten sich zumindest gegenseitig Respekt. Denn 1867 benannte Cope eines der von ihm in den Mergelgruben vor der Küste New Jerseys gefundenen Echsenfossilien nach seinem Freund als Colosteus Marschii. Inzwischen ist diese Art zwar einer eigenen Gattung, Ptyonius, zugeteilt worden. Ihren Epitheton, also Artnamen, trägt die Echse allerdings bis heute zu Ehren von Osniel Marsh. 1868 schlug Marsh in einem Brief an Cope vor, die Mergelgruben gemeinsam zu erforschen. Marsh revanchierte sich bei seinem Freund und benannte ein dort entdecktes Fossil als Mosasaurus copianus. Auch dieses Tier hat inzwischen einen neuen Namen erhalten und heißt heute Plioplatecarpus depressus. Woran die Freundschaft der beiden nun genau zerbrach, ist nicht historisch zu rekonstruieren und es gibt reichlich Spekulationen. Eines der wildesten Gerüchte besagt, dass Marsh homosexuell gewesen und anfangs in Cope verliebt gewesen sei. Weil der streng konservative Cope seinen Avancen mit Abscheu begegnete, sei Marshs Liebe in Hass umgeschlagen. Möglich ist diese Geschichte zwar, denn Marsh zeigte tatsächlich kein sichtbares Interesse für Frauen und blieb sein Leben lang Junggeselle. Trotzdem ist diese Anekdote natürlich nicht belegbar und deshalb auch sehr weit hergeholt. Einer anderen Anekdote zufolge könnte die Freundschaft zwischen Marsh und Cope auch in den Mergelgruben erste Knicke bekommen haben. Jedenfalls verschlechterte sich das Verhältnis der beiden von nun an zusehends. Vielleicht wurde sogar die Namenswahl von Marshs Respektsbekundung von Cope als Affront aufgefasst. Schließlich hatte Marsh bei seinem Mosasaurus ja nicht wie üblicherweise den lateinischen Genitiv verwendet, der dann Copei gelautet hätte. Marsh benannte das Tier in der Adjektivform Copeanus, was man, wenn man das Wort auseinanderzieht, auch Copeanus machen kann. Ob Marsh sich hier aber tatsächlich subtil über seinen Kollegen lustig machen oder ihn gar als Arschloch bezeichnen wollte, lässt sich natürlich nicht mit Sicherheit sagen, zumal adjektivische Namensgebungen zu jener Zeit auch nicht unbedingt unüblich waren. Was allerdings durchaus belegbar ist, sind die späteren Beziehungen zwischen Marsh und den Grubenarbeitern bzw. ihren Vorgesetzten. Während Cope seiner Leidenschaft frönte und ganz darin versunken war, nach Fossilien zu suchen, schloss Marsh mit den Männern ein geheimes Geschäft ab. Er traf mit ihnen die Abmachung für eine gewisse Bezahlung alle bedeutenden Fossilfunde zu ihm nach Yale, statt zu Cope nach Philadelphia zu schicken. Da Marsh auch später noch seine Freunde häufig hinterging und ihm zur Steigerung seiner eigenen Reputation jedes Mittel recht war, erscheint es deutlich plausibler, dass Cope auf seinen Kollegen deshalb zu Recht ziemlich sauer war, als er von der Abmachung erfuhr. Und sehr wahrscheinlich ist, dass es nicht nur einen, sondern mehrere Vorfälle gab, die das Verhältnis der beiden Forscher zerrütteten. Häufig wird auch eine ganz andere Anekdote als Auslöser der Fäde zwischen Marsh und Cope genannt. Im Jahr 1868 beschrieb Cope nämlich einen seiner berühmtesten Entdeckungen, nämlich das riesige Meeresreptil Elasmosaurus, dessen Fossilien der Physiker Theophilus Turner ein Jahr zuvor in Kansas gefunden hatte. Die Fossilien waren nicht artikuliert, wurden also nicht zusammenhängend gefunden. Somit hatte Cope eine wahre Puzzlearbeit vor sich, um das Skelett des Tieres zu rekonstruieren. Um den Fehler, der Cope dabei unterlief, zu verstehen, muss man wissen, dass der damals ebenfalls sehr bekannte und angesehene Paläontologe Joseph Leidy schon im Jahr 1851 die fragmentarischen Überreste eines Plesiosauriers beschrieben hatte. Leidy nannte seinen Meeressaurier Chimuliasaurus Magnus, stellte allerdings erst sehr viel später selber fest, dass er dessen fossile Wirbel falsch interpretiert hatte. Leidy war seinerzeit Copes Lehrer für vergleichende Anatomie und gab das falsche Wissen bei der Rekonstruktion von Plesiosauriern an seinen Schüler weiter, sodass dieser sein Skelett ebenfalls entsprechend interpretierte. Die Folge, Cope setzte seinen Elasmosaurus den Kopf ans Schwanzende. Erst sehr viel später, auf dem Höhepunkt ihrer Fede, behauptete Marsh im New York Herald, er sei es selbst gewesen, der Copes Fehler als erster bemerkt und ihn darauf aufmerksam gemacht hätte. Tatsächlich war es aber wohl eher Leidy, der Cope freundlicherweise auf den eigenen Fehler hinwies und Cope während eines Treffens der Academy of Natural Science of Philadelphia den richtigen Aufbau des Tieres erklärte. Sicher ist allerdings, dass Marsh diesen Fehler zum Anlass nahm, um Cope zu diskreditieren und das schon 1870. Spätestens jetzt war das freundschaftliche Verhältnis komplett zerrüttet und aus Freunden erbitterte Rivalen geworden. Cope versuchte tief getroffen über seinen Fehler, mit dem Elasmosaurus diesen zu vertuschen. Sämtliche Veröffentlichungen mit der fehlerhaften Illustration wollte er auf seine Kosten zurückkaufen, was ihm natürlich nach so langer Zeit nicht mehr gelang. Zumal Marsh alles daran setzte, dass die ganze Welt von diesem Fehler seines ehemaligen Freundes erfuhr. Da es also nicht mehr möglich war, den gemachten Fehler ungeschehen zu machen oder ihn geheim zu halten, sah sich Cope schließlich dazu gezwungen, in der wissenschaftlichen Zeitschrift Transactions of the American Philosophical Society eine Erklärung abzugeben, wie es zu dem Fehler kommen konnte. Im Jahre 1872 wurde Cope in die National Academy of Science gewählt. Zwei Jahre später, als Marsh von Grabungen in den Black Hills zurückkehrte, wurde auch er als angesehener und einflussreicher Wissenschaftler in die renommierte Gesellschaft aufgenommen, mit nur einer Gegenstimme. Marsh ahnte, wem er diese Stimme zu verdanken hatte. Schon im Jahr zuvor war die Fede zwischen den beiden Kontrahenten immer deutlicher zutage getreten. So griffen sie sich in wissenschaftlichen Artikel der Zeitschrift The American Naturalist gegenseitig an und zählten jeden kleinen Fehler auf, der dem anderen ihrer Meinung nach unterlaufen war. Eine der bekanntesten Episoden dieser Fede ist der Streit um die Namensgebung eines großen prähistorischen Säugetiers, der mit einer Reihe von Hörnern und nach unten gebogenen Hauern. Denn auch vorzeitliche Säugetiere und nicht nur Dinosaurier gehörten in dieser Zeit zu den prestigeträchtigsten Fossilien. Bereits heftig zerstritten suchen Marsh und Cope beide im Jahr 1872 in den Uinterbergen, einem Gebirgsabschnitt der Rocky Mountains im heutigen US-Bundesstaat Wyoming nach Fossilien. Auch Copes ehemaligen Mentor Joseph Leidy zog es in diese Gegend. Jeder der drei Paläontologen hatte offenbar ein eigenes Gebiet abgesteckt, in dem die Grabungsteams der Forscher danach Fossilien suchten. Die Grenzen dieser Gebiete wurden von den jeweils anderen beiden Paläontologen respektiert. Am 19. August 1872 telegrafierte Marsh die Nachricht vom Fund eines großen prähistorischen Säugetiers, das er Tinoceras nannte, in den Osten. Am 27. September benannte Marsh nochmals neu gefundene Fossilien, allerdings als Dinoceras. Diese stammten aber, wie sich später herausstellte, wiederum von der gleichen Tierart. Und was weder Marsh noch die Leser der Wissenschaftsmagazine wussten, sowohl Cope als auch Leidy hatten schon zuvor die gleiche Tierart entdeckt und die Nachricht darüber ebenfalls bereits telegrafiert. Jeder der drei Paläontologen gab seinem Tier einen anderen Namen. Leidy gab seinem Fossil am 1. August den Namen Uintatherium. Cope genau wie Marsh am 19. August jedoch den Namen Loxolophodon. Allerdings verursachte die Telegrafie einen Übersetzungsfehler, sodass der Fund Copes zunächst als Lephalophodon bekannt wurde. Dies konnte Cope erst drei Tage später richtigstellen. Zudem scheint aber auch der Name Loxolophodon Eingang in diverse Schriften gefunden zu haben. Marsh beharrte jedoch darauf, dass er als Erster sein Telegramm abgeschickt und damit das Vorrecht zur Namenswahl und seinen Tino bzw. Dinoceras die alleinige Gültigkeit hatte. Dabei berief sich Marsh auf eine Regel in der zoologischen Taxonomie aus dem International Code of Zoological Nomenklatur, der auch damals schon Gültigkeit hatte. Wer als Erster einen Bericht über eine Neuentdeckung veröffentlicht, hat demnach auch das Vorrecht bei der Namensgebung. Als herauskam, dass es sich bei den drei angeblich verschiedenen fossilen Tieren in Wirklichkeit um das Gleiche handelte, spitzte sich der Konflikt von Cope und Marsh zu. Beide Paläontologen nahmen für sich den Ruf des Entdeckers in Anspruch. Um ihr Recht durchzusetzen, bombardierten beide die Telegrafiestation regelrecht mit neuen Namensvorschlägen, sodass eine enorme Verwirrung entstand. Wer nun wirklich der Erste war, ließ sich in diesem Chaos von 25 neu beschriebenen Riesensäugetieren, die eigentlich alle zur selben Art gehörten, nicht mehr feststellen. In manchen Quellen wird dieses unsaubere Vorgehen sogar als wissenschaftliches Teppichbombardement bezeichnet. Näher kann man an tatsächliche Kriegsführung wohl kaum herankommen, jedenfalls nicht als Wissenschaftler. Leidy verhielt sich dagegen zunächst still und leise. Er unternahm erst 1873 den Versuch, seinen Anspruch auf die Erstbenennung durchzusetzen und die anderen Namen als Synonyme seines Uinateriums darzustellen. Doch er konnte seinen Anspruch zunächst nicht belegen, da ihm von Seiten Marshs keine Gelegenheit geboten wurde, dessen entdeckte Fossilien näher zu begutachten. Erst 1881 wurde endlich Leidys Recht Geltung verschafft. Somit trägt das Tier heute den Namen, den Leidy ihm gegeben hatte. Uinaterium. Cope und Marsh hatten das Nachsehen. Einer von Copes verwendeten Namen, Eobasileus, wird heute von manchen Forschern jedoch wieder als gültig anerkannt. Dessen Fossilien weisen einige diagnostische Merkmale auf, die eine eigene Gattung rechtfertigen. Und Marsh darf sich posthum auch ein bisschen freuen, denn wenigstens hatte er wirklich als erster Fossilien des Uinateriums auf dem Schreibtisch. Diese wurden von einem Leutnant der US-Streitkräfte 1870 gefunden und nach Yale geschickt. Marsh beschrieb das fragmentarische Material 1871 kurz als Titanotherium, doch fand dieser Name später keine Verwendung mehr. Da Leidy sein Uinaterium basierend auf diagnostischen Merkmalen beschrieben hatte und Marsh seine Fossilien eben nicht, wird Marshs Titanotherium heute als Synonym von Uinaterotherium betrachtet. Geheime Intrigen um Fossilienbesitz, falsch aufgesetzte Köpfe, ein verwirrendes Namegame um das Taufrecht für einen ausgestorbenen Säuger und vielleicht eine einseitige, nicht erfüllte, homoerotische Liebe und doppeldeutige Namensehrung. Wer glaubt, wir haben den Höhepunkt erreicht, der irrt. Es ist gerade der Anfang des schon an Game of Thrones oder besser Game of Bones erinnernden Ereignis. Mit was für teilweise grotesken Mitteln die beiden Forscher ihre Feindschaft auslebten, das erfahrt ihr in der nächsten Episode. Um diese nicht zu verpassen, abonniert am besten meinen Kanal, aktiviert die Glocke und schreibt doch mal in die Kommentare, ob ihr diesen Streit nachvollziehen könnt. Bis zum nächsten Mal.